Aber Sie, Simona Amanar, hat Sie vielleicht die Möglichkeit, den Titel dieses Jahr zu gewinnen? Die Rumänien am Schwebebalken. Sicher diese Rückwärtsreihe mit den zwei freien Überschlägen. Die Rumänien am Schwebebalken. Die Rumänien am Schwebebalken. Aber Sie kommen gut durch, auch wenn Sie hier einen kleinen Ausfallschritt machen muss. Der Schwebebalken ist ja nicht Ihr Lieblingsgerät. Gold gewann Sie im Versprung, Silber am Boden in Atlanta, Bronze mit dem Team sowieso. Sie haben am Stufenbarren einen immerhin beachtlichen fünften Rang. Also da wird Sie selbst froh sein, dass Sie hier am Schwebebalken so gut durchkommt und sicherlich auch einen Sprung nach vorne machen. Wir erinnern uns, Sie war Elfter nach dem ersten Gerät. Nach dieser Übung... ... ... ... ... ... ...